Guten Morgen! Wir sind auf dem Weg zur Arbeit. Wir befinden uns hier in Central Illinois. Heute wird es wohl relativ entspannt. Heute morgen eventuell etwas Saatgut in die Sehmaschinenladen und eventuell heute Nachmittag, wenn es etwas trockener wird, Sojabohnen spritzen. Wir werden sehen, was der Tag bringt. Sojabohnen Bisschen staubig. Ich habe gestern vorne alles ausgeblasen. Es war die letzten Tage doch sehr staubig. Ja, dann lass uns das Ding doch mal raus fahren. So, wir haben uns positioniert. Dann hole ich jetzt mal den Pack-Up. Und hänge das Ganze hängen. Wir haben einen Seat Tender. Damit beschicken wir uns. Also Sehmaschinen. Dann belade ich das Ganze hier von hinten. Wow, nach 73 Mal rückwärts fahren hat es geklappt. Sehr gut. Ja. 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 Warten, warten, warten. Ja. 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 Das ist jetzt hoch und runter. 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 Das ist jetzt hoch und runter.